Hey Leute, was geht ab? Hier ist euer Lil Polaris mit einem neuen View für euch heute, Leute. Und zwar heute mal eine Reaktion auf den guten alten AriadFN an der Stelle. Ach, ich vermiss den Bro irgendwie. Seine Videos waren richtig krass. Auf jeden Fall, wenn ihr schon mal den Zerr passen wollt, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts dazu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute würde mich ebenso freuen. Für die Leute, die natürlich an der Stelle fragen, hey, warum nimmst du jetzt AriadFN in eine Reaktion? Wieso? Ganz einfach, ich kann's euch sagen, das gehört alles, ähm, zu meiner, quasi zu meinem Format. Gut vs. Shit, YouTuber oder Content Creator an der Stelle. Ähm, natürlich eher Fortnite belangt gerade, bei Fortnite, man kennt's natürlich. Und, ähm, als schlechten Content Creator, der natürlich seinen Zuschauer belogen hat, allgemein, äh, Fake-Content erstellt hat, was Fortnite anbelangt, mit Gratis, V-Box und alles, hatten wir natürlich Ryan Reserve gehabt. Das Video findet ihr natürlich mit diesem Video natürlich heute auf meinem Kanal, Leute. Freut euch schon drauf, wenn das Video hochkommt, auf jeden Fall. Und, ähm, als guten YouTuber hab ich mir jetzt halt den guten alten AriadFN rausgesucht, ähm, weil ich fand es schon, seine Videos damals, als er immer gezockt hat, waren wirklich krass gewesen. Gerade so zu diesen OG-Zeiten, was auch Fortnite anbelangt hat, ähm, wie man auch hier gerade schwer erkennt. Das ist in Season 10 tatsächlich, glaub ich, gewesen, wenn ich richtig erinnere, also in Chapter 1 quasi gewesen, hab ich mir gedacht, nehm ich da mal nochmal ein Video dazu, etwas älteres, weil ich auch ein älteres von Ryan Reserve rausgesucht habe. Und auf der anderen Seite natürlich auch, ach, irgendwie fehlt einem der Content von einem guten Bruder, ne. Ich weiß gar nicht mehr, wann er genau aufgehört hat, oder aus welchen Gründen er aufgehört hat. Das ist schon zu lange her, da müsste ich mir, glaub ich, das letzte Video, was er da auf seinem Kanal gemacht hat, nochmal ansehen, auf jeden Fall. Aber, auf jeden Fall, Gaming-Agenten, hoffentlich wird es, wie er werden, auf jeden Fall, hoffentlich immer in Erinnerung bleiben und vielleicht macht er ja eines Tages weiter. Würde mich an der Stelle wirklich freuen und, ja, auf jeden Fall gönne ich ihm seine Abonnenten auf jeden Fall auch und was er sich hart erarbeitet hat. Und, ja, ich freue mich, ein Video über ihn machen zu können und, ja, er ist einer der guten Content-Creator, muss ich halt einfach sagen und so weiter. Er ist kein Faker, er hat echt real Content gemacht, sein Content ist wirklich stabil, ist vom Allerfeinsten und da kann man sich an der Stelle halt einfach nicht beschweren. Und, ja, ich werde ein paar Sachen dazu sagen, auf jeden Fall, äh, keine bösen Sachen oder sowas, denkt da nicht böse über mich, auf jeden Fall wahrscheinlich eher eine gute Sachen. Und, noch dazu wird dann ein Endstatement von mir kommen, am Ende des Videos, wie ich es auch bei Ryan Reserve gemacht habe in der Reaktion. Aber, ihr denkt wahrscheinlich, ich bevorzuge jetzt hier irgendjemanden. Nein, ich gehe darauf ganz einfach strikt und voreingenommen ein, auf jeden Fall. Und, ich habe ja auch schon ein paar Videos von ihm gesehen, deswegen ist es nicht der Fall. Deswegen würde ich sagen, wir schnacken nicht lange, wir gehen auch direkt rein. Let's go. Ich habe heute auf jeden Fall ein bisschen Random Studios gespielt. Ich wurde einfach direkt zweimal erkannt und das sind auf jeden Fall auch mega krasse Gameplays geworden. Da ist auch eine 21 dabei. Dann, hier der neue Shop, es sind die Area 51 Skins drin. Naja, ist eigentlich ganz okay. Ich vergesse auf jeden Fall nicht recht unten im Shop. Creator Code, Ariane. Das war halt wirklich noch die OG-Zeiten, wo der Itemshop wirklich noch so klein war, ohne Witz. Da waren nicht immer so viele Skins wie jetzt drin. Aber, finde ich auf jeden Fall. Auch in seinem Creator Code, ArianeFN, gönnt man ihm auf jeden Fall. Und, ja, was wollte ich noch sagen? Und, ja, keine Ahnung, dieser komische Area 51 Skin, der ist jetzt sogar inzwischen in einem Bundle drin. Ich weiß auch nicht. FN, der wird leider immer nach 14 Tagen entfernt. Also, falls ihr mich eintragt, schaut immer mal nach, ob der oben noch da steht. Und, ja, dann würde ich sagen, los geht's mit dem Video. Sieht trotzdem geil aus. Hallo. Boah. Hallo. Bist du ein Deutscher? Äh, ja, ich heiße Ariane. Der YouTuber. Ja, ja, was meinst du? Krass, Alter. Wo willst du landen? Ich hätte noch etwas... Ich hätte noch an seiner Stelle, hätte ich noch ein bisschen abgelöst. Lekt, hättest du gesagt, na, Leute, ich bin nicht Ariane und so weiter. Ich, äh, bin irgendwie jemand anderes. Ich bin der Marco. Komm, was bleiben. Äh, oder nicht Marco, halt, äh, Maxi oder Tim. Ha, das ist ja geil. Wie heißt du? Ich bin einfach noch ein bisschen verarschend. Hallo. Ja, okay, das ist ja auch nicht schwierig. Da steht YouTube Ariane. Was? Wie heißt du? Ah, trotzdem. Ist sein Name gewesen damals. Geil. Wie heißt du? Sag ich nicht. Hä? Kannst du nicht sagen. Asozial. Nein. Okay. Maaan. Wie alt bist du? Gönn ihm doch. Das sagt er auch nicht. Das sagt halt gar nichts. Der hat keinen Bock. Oh. Ich glaub's irgendwie nicht. Seit wann spielst du Fortnite? Season 6. Season 6. Wie viele Wins hast du schon? 150. Hö. 150. Aber auch viele in LTM, also so One Shot oder so. Ja, okay, LTM ist nicht schwierig. Hat jeder damals seine Wins haben können, also so ist nicht. Solo, Siege, Duo oder Team waren schwer. Ja, ja. Bitte. Ich komm, ich hab nur eine Waffe. Ich wusste gar nicht, dass du Random Duo spielst. Hab drei Leute. Hm. Ja, manchmal spiel ich auch schon in den Bus. Aber nur manchmal. Ich schlägt das gerade nicht. Bei mir ist ein Gegner. Okay. Ja, hier hinter dem Busch. Hinter dir. Komm. Arian, die Klaxen weg. Ja. Schade. Wow. Oha. Weitere. Seine Scar ist einfach leer, boin. Ich nerv's dich jetzt nicht mehr. Alles gut. Down. Let's go. Der andere hat noch Schilds. Die sind hier. Voll wenig. Ich hab ihn. Doppel down. Kann ich ein Foto machen? Na klar. Vor allem meine Freunde werden mir das eh nicht glauben. Ja, kannst du machen. Wie viele Kills hast du? Sechs, Alter. Ich zieh zwei Gegner. Ja, hier. Der Arian ist ja auch krass, Alter. Der eine gönnt sich da gerade mit dem Mini. Ich hab ihn. Alter. Ist ja auch nicht schwer gewesen. Mit der Shotgun ist es normal. Hey, ist das klar für dich? Die nimmst du. Ich hab schon eine. Okay, er wurde runtergebaut. Hab ihn. Oh. Du Maschine. Du hast einen Shot. Sollen wir in die Stadt rein? Hm, wenn da welche sind. Ja, Barrier hat halt echt guten, der Kremlut. Muss man sagen. Hast du da keinen? Ist der Hängegleiter nicht zu groß von dir? Also da sieht man doch kaum die Gegner. Ja, ich hätte ihn mir nicht holen sollen. Oh, ich stehe einen Lama im Baum. Ja. Oha. Komm schon. Ah, schade. Oha. Runtergebaut. Solche Spieler finde ich eklig, die runterbauen, Alter. Das gab's ja damals schon. Zehn Kills, lol. Naja. Wundert mich aber bei Aryan auch nicht. Einfach einer der Top-Player. Also, selbst Aryan hätte damals bei der, ähm, WM 2018 mitspielen können. Der Zelfers gewonnen. Drei, zwei, eins. Damals war der Klagen von der Impulsgranate noch anders. Ja. Hab ihn. Ihr Fisch. Hab ihn. Ne. Ey, warte, hier kommt noch einer. Oha. Warte, ich hol den kurz. Hab ihn. Ich hab ihn. Hab ihn. Ich hab jetzt den Kills. Ich hab noch Campfire. Ich hab 14 Kills. Junge. Heißt hier noch welche? Ja, flexen. Was geht's dir denn? Oh. Bitte sterb nicht. Wird er auch nicht. Aryan ist halt irgendwie einer der krasseren, Dings, einer der krassesten Spieler, die es gibt. Oder die es gab bis jetzt. Komm, mit Rocket Launcher. Hä? Hello, kein Schild mehr. Hab ihn. Aua. Komm dann einfach mit. War das eigentlich der Einzige, mit dem er Random Blues gespielt hat, oder gab's noch einen? Ich kann, ich kann's immer noch nicht glauben. Ja, glaub's halt nicht. Ich Junge. Ich hab einen Komplimentshot gemacht. Oah. Warte, geh runter, ich baue das ab. Okay. Ich hab einen. Down. Der ist, glaub ich, da oben mit Jumphead weggegangen, oder warst du das? Ah ja, das war dann ja. Wie alt bist du eigentlich, wenn du die Fragen hast? Ich bin jetzt 16. Hm. Echt, die Gegner auf ... Damals konnte man doch 1000 Munition farmen, heute kannst du nur noch 500 farmen. Ja, das siehst du, spielst, ne? Würde ich's nie machen. Arjen ist halt auch andere Klasse, man. Und es war noch nicht mal extra, ich dachte, ich hätte Solo aufgewählt. Haha. Und hab einfach dich dann getroffen, Alter. Echt? Ja. Hab den anderen. Why? Ich kann aber liegen, weil ich mit meinem Freund Duo gespielt hab, deswegen war's vielleicht noch was gut. Das ist ein krasser Zufall, auf jeden Fall. Alter, das ist ein krasser Zufall, dass ich dich überhaupt treffe, Alter. Wie wahrscheinlich muss das sein? Okay, Junge. Du musst dich jetzt als das Besonderes spielen. 20 Kills. Das war schon der letzte? Ja. Ja. Alter, war das nicht in der Runde. Also, geile Runde. 20 Kills, let's go. So geil, ne? Gönn ich den. Also dann, ciao, ne? Ja. Schönen Tag noch. Wie heißt du? Bist du Deutscher? Ich bin Arjen. Ah. Kennst du mich? Äh, hallo? Was geht's? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mach grad ein Video? Hm, vielleicht. Wo willst du landen? Pleasant? Nein. Bin nicht. Doch, komm, lass Pleasant. Ja, geh auf. Hab einen. Ist bei dir einer? Ja. Okay, warte, ich komm. Okay, ich glaub, das ist ein Diogo. Ich weiß es noch nicht. Könnte auch ein Mädchen sein. Oh. Arian. Nicht gut. Noch einen. Let's go. Man hört den so leise. Was ist denn da los? Ja, hier ist ein rauer Zopf. Oh, oh. Jetzt wird's ernst. Lass mal lieber weggehen, ja. Ja, da sind welche. Woher kriegt der immer ne Ska? Ich hab einen. Nein, du hast tot. Ah, nice. Äh, Gegner hinter uns, Gegner hinter uns. Genau hinter uns. Er hat ein HP. Was? Nee, ich jump hier jetzt hin. Ja, hab ihn. Aua. Nice. Dame. Ah. Da ist low. Voll der ekelige Kratzer. Nice. Oh, ist ein Lama. Boom. Da sind zwei Adder. Ja, die Nades sind. Boah, ich kann seinen Bow-Skills nicht mal folgen. Hab einen. Nice, nice. Der andere ist auch slow. Äh, warte, ich komm runter. Ähm, komm weg. Nee, das ist anderswo. Hab den. Iconic-Skin. Nice. Ja, unter mir ist einer. Hey, was macht der? Tschüss. Hab einen. Aua. Ja, das war der. Okay. Das ist wieder fast zehn Kills. Was? Aber trotzdem. Arian einfach einer der cleansten Spieler, die man kennt. Stink-Grenade. Hab einen. Oh. Letztes, ich lebt hier. Hab ihn. Ja, okay, ich komm jetzt hoch. Boah. Wird schwindelig. Andere 150er jetzt. Boah. Wird einer fehlen. Hab ihn. Danke. 840er jetzt. Alter. 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 Das war ne Millisekunde. Das ist auch die hier unten bei mir. Hab einen. Hab drei Leute oder so. Nein, das ist 8. Spray, das ist 8. Spray. Ja, das ist 8. Spray. Spray. Ja, das ist 8. Ja, das ist 8. Spray. Ja, das ist 8. Ja, das ist 8. Das ist 8. Seine Einzige. Boah. Boah, er hat verkackt. Noch ein? Oh mein Gott. 15, schon wieder. Yo. Seine Baus geht's. Die kann man, den kann man schon gar nicht folgen. Tschüss. Tschüss, Rock Launcher hier. Hab einen. Down. Nein. Ich lebe nur noch einer. Okay, 17. Hab ihn. Let's go. 17 Kills einfach. Ich hab vier. Jawohl, Digga. Ja, krasses Video auf jeden Fall. Schlussstatement dazu. Schon... Komisch, dass man den ein oder anderen nicht gehört hat. Also ich weiß nicht, was das, äh, sein soll. Aber... Ja gut. Kann passieren. Kann gut, äh, sein, dass man manche nicht hört. Und dass manche vielleicht ziemlich leise sind. Ist schon alles so gekommen. Aber, ja. War auf jeden Fall... Da ist das Video. Ich kann nichts Großartiges dazu sagen. Außer, dass es auf jeden Fall, äh, krank war auf jeden... Auf jeden, ähm... Und, ja. Arian, auf jeden Fall. Ich hoffe, es geht dir gut. Egal, was du gerade machst. Und, ja, Leute. Also ansonsten, das Video war clean gewesen. Arian zuvorkommend gewesen. Nur sein... Diesen einen Mitspieler am Anfang fand ich ein bisschen ehrenlos. Dass der halt einfach, ähm, nicht mit dir... Dings mit dem geredet hat. Und noch dazu, dass er gar nicht mit dem geredet hat. Wirklich und so weiter. Schade einfach. Aber gut. Kann man nicht ändern. Dann würde ich sagen, Leute. Beende ich das Video auch an der Stelle. Also, wirklich. Arian. Du wirst immer in Erinnerung bleiben. Und, ja. Einfach einer der OGs, die Fortnite halt wirklich gut miterlebt haben. Naja. Vielleicht kommt er irgendwann wieder zurück. Vielleicht gefällt es mir irgendwann mal wieder. Würde ich fühlen. Aber, ja. Leute. Würde ich es mir beenden. Ich hoffe, euch hat es mir gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren. Um nichts mehr zu verpassen. Würde mich freuen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Leute. Würde mich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Wie ihr wisst. Ich lese mir den Kommentar immer gerne durch. Wir sagen euch noch allen einen wunderschönen Tag an der Stelle, Leute. Und bis zum nächsten Video, Leute. Byeeeeee. Ssssss-